Hallo, mein Name ist Josef Herbst. Ich arbeite beim HC Ampo Rostock, dem Handball-Traditionsverein in der Stadt Rostock und im Land Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind ein Handball-Sportverein mit 150 aktiven Jugendspielern und darüber hinaus mit drei Mannschaften im Erwachsenenbereich, wobei natürlich das Aushängeschild die Profimannschaft in der zweiten Handball-Bundesliga ist. Mein Haupttätigkeitsfeld beim HC Ampo Rostock ist die Spieltagsorganisation, also alles was um den Spieltag herum, um dieses Event herum passiert. Im besten Fall haben wir 4.500 Menschen in ausverkaufter Halle und darüber hinaus die Pflege und Kommunikation mit unseren Partnern, wie zum Beispiel dem Edeka hier im Warno-Park und dass wir dort eben gemeinsame schöne Aktionen umsetzen können, sei es Ticket-Aktionen oder dieser tolle Fanshop, den wir hier gemeinsam launchen durften. Ja, ich bin Stefan Cornelius, verantwortlicher Geschäftsführer vom E-Center im schönen Warno-Park hier in Lütten-Klein. Wir sind jetzt seit fast drei Jahrzehnten Ihr Partner an Ihrer Seite. Also kurz nach der Wende ist der Warno-Park gebaut worden. Wir sind seit anderthalb Jahren vollumfänglich privat, das heißt nun auch wirklich ganz eng verwurzelt mit der Region und mit dem Bundesland. Wir zahlen unsere Steuern hier und wir sagen immer wieder, wer bei uns Einkauf unterstützt. Wir sind wahnsinnig froh, dass wir nach Hansa Rostock auch den Traditionsverein im Bereich Handball aus der Stadt Rostock und MV für uns gewinnen konnten und wir sind wahnsinnig froh darüber, dass wir diesen Shop jetzt vor anderthalb Wochen dann auch launchen konnten und Sie jetzt unsere Gäste den ein oder anderen Artikel ergattern können und somit den Verein tatkräftig in der Saison und darüber hinaus auch zu unterstützen.